Wir sind das Trio Merak. Und mit unseren zahlreichen Schlaginstrumenten und dem Klavier erzeugen wir facettenreiche Klänge und neuartige Effekte, mit denen wir überraschende und besondere Konzerterlebnisse erzeugen. Unsere Herzen schlagen derzeit ganz besonders für die Musik des Balkans. Denn die leidenschaftlichen Melodien und die feurigen Rhythmen sind für uns eine wahre Quelle an Inspiration. Und wir merken in unseren Konzerten, wie sehr dies mit euch resoniert und euch begeistert. Um dieses Erlebnis auch zu euch nach Hause zu bringen, arbeiten wir an unserer Debüt-CD. Seit Oktober widmen wir uns dem Projekt und haben bereits viel Zeit und Geld investiert, die Aufnahmen zu machen und sie zu schneiden. Aber jetzt brauchen wir eure Unterstützung. Denn es kommen noch Kosten hinzu für das Artwork, das Mastering und das Pressen der CD. Für jeden Beitrag oder das Teilen der Kampagne sind wir euch unglaublich dankbar. Wir haben eine Vielzahl an besonderen Dankeschöns für euch vorbereitet. Wie zum Beispiel ein Hauskonzert mit uns oder eine Probierrunde mit hunderten Schlagwerkinstrumenten mit Christina und Moritz oder eine von mir selbst gebaute Website. Und nun hört mal rein in ein paar unserer Stücke, die euch auf der CD erwarten. Und nun hört mal rein in ein paar Stücke. Und nun hört mal rein in ein paar Stücke.